Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja und es geht natürlich weiter mit dem Moldking 8080 und zwar sind wir hier im Teil 2 des Aufbaus und ja in diesem Video werden wir ihn auch fertigstellen. Wer das erste Video nicht gesehen hat, ich verlinke euch das am Ende. So sieht das Ding auf jeden Fall aus. Ein richtig schönes Teil. Da ist er, er steht momentan auf dem Kopf, weil ich nämlich die Beine gerade angebracht habe. Und die hängen pro Seite an zwei Pins. Das ist wirklich, ich sag mal nicht viel. Und es hängt auch nur an dieser dünnen Konstruktion. Das erinnert mich so ein wenig an den Cave Guard AT-AT, wo ich auch schon so weit war und das dann wirklich gar keine Stabilität hatte und zum Scheitern verurteilt ist. Aber hier sieht das Ganze stabil aus. Und ich bin gespannt. Ich baue jetzt anscheinend die Füße ran. Und wenn ich die dran habe, wird das Ganze dann umgedreht. Ich befürchte, da werde ich dann eine zweite Person zur Hilfe nehmen, weil sonst habe ich Angst, dass mir die Beine hier irgendwie abklappen. Obwohl, die Klemmkraft ist gut. Es ist eigentlich klappbar und ich sag mal, es ist stabil. Aber ich habe trotzdem Angst, wenn das Gewicht immer auf die Seite geht, wenn man das dreht, dann ist da doch viel, viel Last auf so einem Klemmbaustein-Set. Und da habe ich Angst, dass es mir wirklich um die Ohren fliegt. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Ich baue jetzt hier die Füßchen und dann sehen wir uns bestimmt wieder. So, ich bin mit Bauschritt 7 fertig und habe jetzt hier die ganzen Füße gebaut. Die baut man auch wirklich echt granatenstark zusammen. Das ist wirklich mal ein richtig schön massiver Klotz. Auch hier nette Bautechniken mit den Jumperplates. Das sieht alles wirklich gut aus. Jetzt kommt aber allerdings ein Part, den ich ein bisschen beängstigend finde. Und zwar setzen wir jetzt den AT-AT auf die vier Füße. Und das halten jetzt insgesamt 16 Noppen. Das ganze Teil. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil das ist doch schon echt ein bisschen wenig. Man überbaut jetzt auch leider nicht. Das wäre jetzt natürlich genial gewesen. Weil hier sitzt so ein langer Brick drin. Ein, keine Ahnung, 2x10 oder was das ist. Und wären hier jetzt Noppen an der Seite. Und das wäre irgendwie, es gibt ja so eine Steine nicht. Das wäre auch cool. Wenn man solche Steine mit Noppen an der Seite noch hätte, mal so eine großen Bricks, dann könnte man eine gute Verbindung herstellen. Aber man soll das jetzt mit solchen Steinen überbauen. Und die hängen dann einfach nur hier glatt an der Seite runter. Da wäre natürlich jetzt irgendwie eine Konstruktion, keine Ahnung, mit Technik oder irgendwie, was die Füße an dem Teil hier festhält, wäre natürlich genial gewesen. Aber das ist leider jetzt nicht vorhanden. Also ich werde das jetzt mal umdrehen und aufnoppen. Und ich hoffe, das haut hin. So, meine Tochter war so freundlich und hat mir kurz geholfen, das Ding hier auf seine Füße zu noppen. Und er steht erstaunlich stabil. Das muss man mal wirklich sagen. Also jetzt kann man natürlich hier nicht mit Bilder dran rumruckeln, dass das hier auseinanderbricht. Aber er hat einen festeren Stand als der von Lego. Das muss man mal ganz klar sagen. Weil der von Lego ist durch seine verstellbaren Beine, finde ich, ganz schön instabil. Also da muss man schon die perfekte Pose finden, damit der ordentlich hält. Das hier ist schon ganz okay. Also man sollte es jetzt nicht übertreiben. Aber ich bin hier wirklich zufrieden mit der Art, wie das Ding steht und wie es gemacht ist. Das gefällt mir bisher. Also wirklich ein schönes Ding. Ich werde jetzt Tüte Nummer 8 bauen und dann gucken wir mal weiter. So, Bauschritt 8 ist erledigt. Man hat jetzt hier hinten schon die Verkleidung angebracht. Genau wie hinten ist jetzt dran und oben. Das gucken wir uns aber alles dann noch genau an. Es baut sich weiterhin extrem gut. Es fehlen absolut keine Teile. Es ist jetzt gerade mal das da übrig geblieben. Das ist wirklich überschaubar. Und ich gehe jetzt zu Bauschritt 9 über. Und was soll ich sagen? Das Ding ist granatenstark. Das macht wirklich viel, viel Freude und Spaß. Ja, also umso weiter das Set voranschreitet, umso begeisterter bin ich. Das ist wirklich mal richtig cool gemacht. Also momentan bin ich da wirklich sehr, sehr angetan. Allein hier die Funktion mit dieser Klappe, die man nach oben macht. Man kann sie jetzt sogar noch reindrücken. Also da wünschte ich mir jetzt fast ein bisschen eine Blue Bricks Qualität, weil die C-Klemm so fest sitzt, dass ich sie mit den Fingern nicht wieder runtergezogen bekomme. Ich muss sie dann halt so locker lassen, um das Ding hier wieder runterzuschieben. Man macht es aber rein wegen der Seilwinde. Also ich werde mir jetzt noch eine neue Akkubox besorgen, damit ich die Seilwinde dann irgendwie mal testen kann. Das muss irgendwie anders funktionieren oder dadurch dann irgendwie langsamer gehen. Ich möchte das aber trotzdem euch gerne zeigen. So, ich baue mal die weitere nächste Verkleidungswand. Das Set ist super gut durchdacht. Steine Qualität ist hammermäßig gut. Also ich kann hier nichts Negatives finden. Also doch, eine Sache ist negativ. Das muss ich wirklich mal sagen. Die blauen Pins an dieser Stelle. Das sind die einzigen Pins, die man wirklich sieht. Und die sind ein bisschen blöd platziert. Da hätte ich mir gewünscht, man hätte schwarze gehabt. Vielleicht, ja, was heißt vielleicht, ich kann sie jetzt eigentlich nur noch schwer austauschen. Also wenn ihr die Chance habt, wechselt diese Pins am Anfang aus. Sonst müsst ihr jetzt das Bein wieder lösen, das Ding umdrehen, damit ihr das hier lösen könnt. Weil sonst die Verbindung zum Bein natürlich instabil wird. Ja, das ist der einzige Punkt, der mich jetzt so ein klein bisschen nervt. Aber mein Gott, das lasse ich jetzt. Da kann ich mit leben. Aber das Austauschen gegen andere Pins. Entweder irgendwie, wenn es die Light Blue Stray gibt. Oder nehmt euch dann welche in schwarz. Dann sieht das einen Ticken besser aus. Ja, ich habe jetzt hier schon einiges an Wände dran gemacht. Ich habe jetzt allerdings eine Änderung vorgenommen. Die zeige ich euch mal kurz. Und zwar war hier oben ein riesiger Spalt dazwischen. Und da war noch eine Noppe, wo man im Prinzip diese Seitenwand hier dran befestigt. Und diese eine Noppe, da hatte ich erst gedacht, ich habe es falsch angebaut, aber es gehört wirklich so. Habe ich dann jetzt einfach mit einem Headlight Stein da einen kleinen 1x1 Slope, so einen seiner Käseecke herangemacht. Und am Ende noch eine 1x1 Fliese. Käseecken hatte ich eh über in dem Set hier. Die anderen habe ich mir unten geholt, die Headlight Steine. Und habe es da als Lückenfüller reingemacht, weil ich finde, jetzt sieht das Loch nicht mehr ganz so heftig aus da oben. Das war mir irgendwie einen Tick zu groß und sah irgendwie merkwürdig aus. Ich überlege jetzt allerdings, ob es vielleicht fast cooler aussieht, wenn ich da eine 1x1, ne eine 1x2, so eine Dachziegel einbaue. Ich werde das, glaube ich, nochmal testen und gucke mir das da nochmal an, zeige ich dann euch, wenn es besser sein sollte. Ansonsten ist das Ding hier wirklich schön verkleidet. Wir gucken uns das natürlich alles noch im Vergleich mit dem Lego AT-AT an im nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich auch schon dieses Wochenende folgen. Aber ich werde jetzt mal den Kopf zu Ende bauen, da bin ich nämlich schon bei. Da haben wir ihn nämlich. Das sieht auch alles gut aus. Hier haben wir halt einige Sticker, die man noch aufbringt. Hier vorne zwei Sitze für die AT-AT Driver. Es ist leider keine Verzierung irgendwie vorne für das Cockpit, dass die da irgendwas sehen. Das ist halt einfach light bluish gray, aber leider nicht so verziert wie bei Lego. Obwohl das für mich jetzt auch nicht ausschlaggebend ist, weil das ist nichts, was man da vorne drin braucht. Es ist ein nettes Gimmick. Mir geht es um die Außenansicht. Das Teil habe ich erstmal abgebaut. Man sollte es eigentlich jetzt da unten an das, was man rangebaut hat, anbringen. Das war mir aber zu heikel, dass das da noch dran hängt, weil man befestigt das gleich noch. Das werde ich jetzt erstmal fertig machen und dann setze ich das alles in einem Zuge dran. Das ist mir irgendwie jetzt zu gefährlich, dass der Kopf dann doch irgendwie die Biege macht. Sieht soweit gut aus. Macht höllisch Spaß zu bauen. Qualität weiterhin granatenstark. Ich werde noch kein Fazit ziehen. Das mache ich im Vergleichsvideo. Aber eins kann ich soweit sagen. Das Ding hier ist auf jeden Fall sein Geld wert. Gut, ich baue den Kopf noch weiter. Und wenn ich das erledigt habe, dann sehen wir uns noch ein letztes Mal wieder, bevor es zum Ende des Videos kommt. So, ich habe für mich die perfekte Lösung gefunden. Ich habe einen 1x3 Roof Slope da drunter gemacht. Dann habe ich eine 1x1 Brick und eine 1x1 Fliese drauf gemacht. Das Ganze sieht dann so aus, wenn man es schließt. Und dann hat man nämlich diese Lücke, die da oben eigentlich klafft, geschlossen. Ich finde das für die Optik irgendwie ein bisschen angenehmer. Gefällt mir besser. Und ich habe da nicht so das Problem, dass da irgendwie ein riesen schwarzes Loch klafft. Das habe ich jetzt irgendwie abgeändert und gefällt mir auch so wirklich gut. So, jetzt gibt es mal einen wichtigen Baupart, den ich euch zeigen muss. Und zwar, wo fange ich hier an? Am besten in der Anleitung. Man baut den Kopf hier an. Da habe ich euch gezeigt, dass es eh schon eine Menge Gewicht hält. Ich habe die Kanonen einmal abgenommen und diese komischen Seitenpaneele hier habe ich auch abgenommen. Jetzt leute ich auch Licht anmachen, dann sieht man das Ganze besser. So, da überbaut man jetzt mit solchen Gebilden das Ganze. Da ist ein Slope, der schräg nach oben geht. Dieser Slope stößt allerdings gegen diesen oberen Pin hier. Der rechte obere, also der vordere, wenn man halt vom Kopf auf den Rumpf guckt. Der hat gestört. Dadurch habe ich es nicht hinbekommen, die Fliese, also nicht die Fliese, die Stange, die einmal zwölf Stange, die das Ganze dann von oben hält, damit der Kopf nicht wieder runter kann, saß auf Spannung. Weil das Teil dieser Pin mit dieser Aufnahme einfach zu dick war. Der da. Was habe ich jetzt getan? Ich habe mir eine Kneifzange genommen und habe das Ding einfach halbiert, den vorderen, und habe das Ding so drin gelassen. Weil man macht da jetzt nichts weiter dran, außer dass man es überbaut. Er soll das Ganze anscheinend so ein bisschen seitlich stützen, diese Pins. Das hat halt, ja, semi gut funktioniert. Ich habe eine Lösung gefunden, mit der Kneifzange einfach abknipsen. Dann kann man die Fliese oben, ja, perfekt draufsetzen. Also nicht die Fliese, diese einmal zwölf Stange. Den Kandidaten hier. Und schon hält das Ganze. Also da musste ich jetzt ein bisschen tricksen. Mir ist der Kopf dreimal runtergerauscht. Nehmt euch eine zweite Person, die seine Hände unter den Kopf hält, damit er nicht immer nach unten runtersaust, wenn man irgendwas da dran macht. Das hat mich gerade ein bisschen zum Verzweifeln gebracht, aber ich habe es hinbekommen, der Kopf ist dran. Und ja, ich hoffe, man überbaut das jetzt irgendwie noch ein klein wenig, dass da ein bisschen Stabilität reinkommt. Der Teil macht mir ein bisschen Angst. Also bisher war wirklich alles sehr, sehr stabil und gut, aber der Part lässt mich ein bisschen ins Schwitzen kommen. Gut, ich mache weiter. Ja, ich hoffe, dass das jetzt wirklich das einzige Teil war, was so ein bisschen Probleme macht. Das war wirklich der einzige Part, wo ich jetzt mal ein bisschen selber Hand anlegen musste. Außer halt den einen optischen Part, den ich verziert habe. Aber ja, weiter geht's. Mit Frucht und Joghurt, Lachgummis geht alles besser. Was soll ich sagen? Ich bin endlich fertig. Es hat mega viel Spaß gebracht. Das ist übrig geblieben. Ein paar Teile, nicht viel, außer jetzt, ich habe ein, zwei Pins da reingeschmissen, weil ich vorher was getestet habe, bevor ich halt den Pin hier oben am Kopf abgeknipst habe, was ich euch gezeigt habe. Ich gehe jetzt nicht allzu doll auf das Modell ein. Ihr könnt die Füße sehen oder halt hier das schöne Bild, weil ich das Ganze dann wirklich euch zeigen möchte, wenn wir den Lego AT-AT daneben stellen. Dann gucken wir uns das ganze Ding hier einmal an. Es ist ein wirklich gutes Teil, das kann ich vorweg sagen. Es hat so schöne Teile. Die Bautechniken waren wirklich gut. Es war nichts irgendwie, im Gegensatz zu dem Cave God AT-AT, den ich hier abgebrochen habe, es war nichts irgendwie wackelig oder doof gebaut oder keine Ahnung. Irgendwas, was irgendwie nicht hinhaut. Das Ding ist wirklich gut durchdacht und hat echt eine Menge Spaß gebracht. Ich werde einmal kurz einen Schwenk drüber machen, ganz kurz einen Schwenk und dann sehen wir uns im Vergleichsvideo wieder, wo wir uns dann das Ding genau angucken und mit dem Lego AT-AT vergleichen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und weil ich habe das Ding jetzt selber noch nicht neben dem Lego AT-AT gesehen. Ich bin allein wegen der Größe gespannt. Und ja, ich hoffe, dass ihr natürlich da auch reinklickt in das Video und euch der zweite Teil von dem Aufbau hier gefallen hat. Es gibt absolut fast nichts zu bemängeln, außer dass ihr eine zweite Hand oder eine vierte Hand, eine dritte und eine vierte, so ist richtig, dazu nehmt, wenn ihr den Kopf anbringt. Und wie gesagt, bei mir hat das mit dem Pin nicht hingehauen. Ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich finde es aber auch nicht schlimm, dass ich ihn jetzt abgeknipst habe. Man sieht ihn eh nicht. Er bleibt da drin verborgen. Hat mir das Ganze erleichtert, ohne dass ich alles wieder abbauen musste. Joa, so viel dazu. Mehr kann ich jetzt auch nicht erzählen. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne einen Kommentar. Ich verlinke euch das Set bei Bavia natürlich unten in meiner Videobeschreibung. Wer daran Interesse hat und das gerne erwerben möchte. Und ja, es bleibt nur noch zu sagen, lasst ein Abo da, wer es noch nicht getan hat. Und die Noppensteinstube sagt Tschüss.